Aus längst vergangener Zeit stammt die Geschichte der sieben glorreichen Gladiatoren. Lou Ferrigno ist der stärkste Krieger von allen. Sie haben den Tod verdient. Sibyl Danning ist die rassige Amazone. Verteidigt euch! Sie kämpfen gegen einen blutrünstigen Tyrannen, der ein Imperium vernichten will. Ich bin ein Halbgott, unsterblich, unbesiegbar. Mach seinem Leben ein Ende. Denn das Schwert wird sich seinen Mann auswählen. Das Schwert des Achilles. Han ist der stärkste. Mit Hilfe des magischen Schwerts und einer Gruppe kühner Gladiatoren kann er die Herausforderung annehmen. Wir können euch nichts weiter darbringen als unser eigenes Leben. Das wäre immer noch das Geschenk eurer Jungfräulichkeit. Tötet sie! Gemeinsam verteidigen sie ein wehrloses Dorf. Gegen die gnadenlosen Überfälle des Tyrannen und seiner Barbaren. Es kommt zu einer blutigen Schlacht, in der das Imperium unterzugehen droht. Luferinho in die sieben glorreichen Gladiatoren. Sie vernichteten eine Armee und wurden zur Legende. Dimitris Alexandre an Deine